Guten Morgen Leute! Welcome in New York City! Ich habe es gestern nicht mehr geschafft so wirklich zu filmen, weil ich bin angekommen im Flughafen und dann war es super stressig, dann musste ich ja zur Immigration wegen Visum alles klären und dann ist natürlich viel Verkehr, viele Menschen Koffer holen und so weiter und so fort, Zoll, alles abklären und genau deswegen habe ich es dann nicht mehr geschafft zu filmen und dann hat mich meine Cousine abgeholt und dann sind wir erstmal meine WG gefahren und danach haben wir noch was essen und dann haben wir natürlich viel gequatscht und ja, da kann ich ja nicht immer filmen. Ansonsten ist das hier so mein WG-Zimmer. Ich habe halt hier so einen mega coolen Schrank, so einen typischen einfach. So ein Bandschrank, den ich halt einfach komplett verstecken kann. Meine Mitwohnerin ist auf Arbeit und ich werde den Tag damit verbringen, gleich mal in den Supermarkt zu stiefeln. Genau, nehme ich euch mit. Also ich gehe jetzt, wie gesagt, mal in den Supermarkt. Schauen wir mal, ob ich es finde. Ich gehe in ShopRite, nennt sich das. Es gibt halt noch irgendwie so einen Fairway-Market oder so. Ist hier zugeschlossen. Ah. Wow, ist das warm. Ich brauche gar keine Jacke. Wenn einem Leute mit gelben Plastikbeuteln entgegenkommen, das ist doch schon mal ein super Zeichen, dass hier irgendwo ein Supermarkt in ihr ist. Super schön. ShopRite. ShopRite. Besuch's. 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 so Einkäufe reingebracht und zwar das sind die Einkäufe ja nicht sehr viel ich zeige euch das mal schneller also das einzige was ich eigentlich ein ungesundes Zeug geholt habe ist das Reset Mini Peanut Butter Cups ja mega geil also dafür habe ich mich schon die ganze Zeit gefreut und dann habe ich mir so ein paar Baby Carrots mitgenommen weil ich die halt relativ easy und schnell essen kann und weil die auch ziemlich günstig sind ich brauchte Wattepads leider kotzt mich an dass ich die vergessen habe genauso wie Deo dann habe ich hier mal so Instant Kaffee weil ich nicht wusste ich glaube es nämlich nicht oh mein Gott ich will sterben sieht nicht so aus also bloß gut habe ich mir halt erst mal für ruhig und den mitgenommen dann habe ich weil ich ziemlich viel also Salat esse also ich beziehungsweise ich will mich ja trotzdem hier gesund ernähren also ich muss weil ansonsten gehe ich auf jeden Hefekloß da habe ich die von Walden Farms kennen ja auch viele aus Deutschland die Sugar Free Italian Dressing mitgenommen und einmal halt Phosphwasser ist hier relativ günstig aus dem ist es eine coole Flasche die kann ich mir halt auffüllen für auch so ein Filter gekauft weil es genau hier weil das Leitungswasser kann man hier nämlich echt nicht trinken ist der also mega verklort und habe ich mir so ein Wasserfilter kaufen müssen dann habe ich hier so ein Oatmeal also so Instant Oatmeal mit heißem Wasser oder Milch tue ich das dann halt machen das Semino Roll habe ich hier genommen voll lecker 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 einfach per serving auch Kuppets und einmal so eine Portion das ist mega vieles gell honey roasted turkey und Brot ich bin mal gespannt weil alle sagen das Brot schmeckt hier nicht ich brauche Kargummis schauen wir mal und Weintrauben ein Riesenpaket Weintrauben so eins was ich sagen muss ich komme teilweise mit den Preisen in dem Sinne noch nie ganz klar dass ich halt immer die schreiben halt zum Beispiel beim Weintrauben steht dann halt da 1,49 Dollar so und das ist aber halt manchmal nicht der Preis an sich sondern was du sparst ja also es steht dann halt ganz klein irgendwo you save so und da ist halt mega verwirrend und manchmal sind es aber die Preise also musst du halt echt gut lesen aber man aufpassen so guten Morgen so wir gehen jetzt mal Kaffee holen das ist mein erster Kaffee in New York ich glaube es gar nicht echt geht es jeder der mich kennt denkt ich bin bescheuert das ist jetzt erst nach 2 Tagen den ersten Kaffee gut ja und dann geht es nämlich zum Stand Up Paddling nach, ne ach in die Bronx yeah das ist cool das freu ich mich schon ja und wir holen den Kaffee jetzt von Dunkin Donuts oder? ne das ist Banyo das ist ein Kaffee wie? Banyo Pro Banyo nein aber wir sind doch hier nicht in New York korrektion korrektion ok das ist mein erster Kaffee in den USA da ist halt auch wieder die Frage ich hatte im Flieger schon einen Kaffee zu was zählt der? im Flieger? schön zu sagen zu den Atlantic Ocean Kaffee die Atlantic Ocean Kaffee mein erstes über die See für Höhen Kaffee ja eher Plänen Kaffee naja ich war gespannt wie der Kaffee hier so ist bestimmt total anders haaa 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 mein du warst wie so eine besenkte Sau wer ist da richtig gestehen lassen Kaffee 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 jaaa verhasch da verhasch da haaa haaa viel Fels haaa haaa so ich hab meinen Kaffee geholt und ich bin das Stück zu Hause nach Hause gelaufen vom Kaffeeshop weil man ja unbedingt auf Arbeit schnell musste und ja hier wieder oben Baumhaus Baumhaus so ich bin hier drin close the door und ja das ist jetzt mein Frühstück und dann werde ich noch ein bisschen was arbeiten und zu Hause aus kam irgendwie raus so unhöflich ähm ja was werde ich noch machen einkaufen gehe ich heute nicht ähm genau und ja genau dann oh wie gesagt geht es ja zum Stand Up Paddling ja halt auch schon mega gespannt drauf wie das so wird ich versuche hier auf jeden Fall mitzunehmen ich weiß allerdings nicht wie sehr ich da filmen kann halt und die letzten Tage habe ich nicht gefilmt weil ich ehrlich gesagt ziemlich krass noch Zeit brauche um mich einzuleben und wenn ich halt das erste Mal mit Leuten dann unterwegs bin will ich halt einfach nicht gleich die Kamera rausholen und filmen und fragen so ob das okay ist und bla Sondern da will man sich ja erstmal vorsichtig so beschnuppern gestern war ich am Beach vorher war ich also vorher waren wir essen ähm die Best Pizza in Town genau da war ich im Liquid Store gewesen das war echt cool das ist halt so ein ähm alkoholische Getränke und so weil das gibt es ja hier nicht im normalen Supermarkt ja das war echt witzig also das war echt cool ich kann ja mal ein Bild einblenden wie das da so aussieht das ist echt mega krass also so die Auswahl ähm ja man sagt ja so Amerikaner können jetzt nicht so krass Bier und also schmeckt halt nicht aber die Auswahl ist größer tausendmal größer als die in Deutschland also Sender Paddling war so so geil so schön so warm einfach nur warm Boah Dangerous ja und jetzt gehen wir was essen natürlich Fisch in City Island Fisch essen Sushi? ne normal Fisch 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 so genau und danach fahren wir nach Richfield auf die Farm zu Queenie die freu ich mich am meisten Kleiner Welpen ja ne ok sorry Scooby Oh oh natürlich Kleine Miezi Katze Kitten Naja Naja aber es ist ein schön Tier aber es muss ja eigentlich nicht sie putzen und wir gehen weiter Aber hat er nicht irgendwas mit Go left gesagt? Go left und dann and then go right? Also rechts also wenn wir cross the street hat er guckt aber das schimmt hier dass er am Wasser direkt geht Da ist es aha aha ja das sieht eher nach New York aus wie ich sagen oder? Warte warte das ist das das eigentlich sei ne das muss ich sagen ja ja wenn du das nicht willst ja doch muss es schon sein ja 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 das der 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 die Guck mal die geilen Kallen hier. Gebt mir die Öffsehne ab. Das sind geile Autos. Die Speisekarte. Was ist denn? Crab, ein Mr. Crab. Mr. Crab, Mr. Crab, Mr. Crab. Sorry. Feeling Crabby? Wir haben keine Vorspeise bestellt. Zu allem dazu. Entweder Suppe oder Salat. Dazu Garlic Crab und eingelegte... Das ist gut mit Fleisch. Oh, esse ich nie eigentlich. Hatte ich ohnehin, würde ich so hoch nehmen. Aber in der Suppe drin schmeckt. Schmeckt, ja? Ja, und eigentlich immer Fisch. Das ist das Dressing. Das ist das Dressing.